ja moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ihr habt ja hier unten irgendwo hier unten steht es jetzt schon gelesen live stream ist wieder und zwar am 25.12.2012 falls wir da noch leben morgen soll es ja relativ warm werden habe ich gehört bei einigen auf der ganzen welt ja um circa 18 uhr soll das ganze starten auf dem you stream link am besten ihr geht mal auf www.shishashmidi.de live stream dort könnt ihr quasi direkt auf der homepage gucken wenn ihr wollt da ist das große video verlinkt und darunter steht auch hier geht zum chat dann könnt euch alle mal einmal bitte registrieren dann könnt ihr am 25 dort direkt in den chat gehen und dann können wir dort direkt drüber quatschen also ihr könnt schreiben dann sitzt entweder der alex hier ich sitze hier oder der paul und der rest der zeit drüben auf der couch und raucht gemütlich eine pfeife mit euch zusammen also zwischen zwei bis zehn stunden rauchen wir dann mit euch ja sage ich einfach mal ja und dann würde ich mich freuen wenn du einschalten würdest ihr könnt das video auch gerne teilen liken kommentieren wie auch immer und dann würden wir uns drei alle sehr freuen wenn ihr im livestream dabei seid wenn wir ein bisschen quatschen können ein bisschen ja was gab es zu weihnachten welche geschenke gab es pipapo und ja dann würde ich mich freuen wenn ihr einschaltet und dann bin ich auch schon wieder raus denn das war es schon wieder von mir ich denke mal heute abend wird ein video kommen muss ich mal sehen ja noch eine kurze info auf der facebook fanpage schmidt ich habe eine kleine umfrage startet schaut doch einfach mal vorbei würde mich freuen wenn ihr damit macht danke